Moin Moin, ihr wisst, was auch dies? Mein Name ist Fluppy. Wer von euch nutzt Games für Windows Live? Nun, bald bestimmt keiner mehr. Die schwankenden Nutzerzahlen zwingen Microsoft nun dazu, den Windows Live Service für PC zu schließen. Der Marktplatz geht am 22. August vom Netz. Punkte, die noch auf dem Konto liegen, solltet ihr jetzt noch ausgeben oder danach in Xbox oder Windows Phone Inhalte investieren. Alle Inhalte, die bis zum 22. August erworben werden, stehen danach aber trotzdem noch im Klient zur Verfügung. Habt ihr den Dienst überhaupt genutzt? Wenn ja, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Mehr News und Gameplays gibt es bei uns täglich. Liked das Video, abonniert uns und geht oben links in die News Playlist. Da findet ihr sie alle auf einen Blick. Oder einfach diese beiden Videos hier klicken, die haben wir nämlich gestern für euch hochgeladen.